In dem Bemühen, Schwedens bereits enge Beziehungen zu Kalifornien zu stärken, werden Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel eine diplomatische Reise an die sonnige Küste von San Francisco antreten. Trotz der Anziehungskraft eines warmen Urlaubs ist diese viertägige Reise alles andere als ein Urlaub, sondern ein strategischer Schritt der schwedischen Monarchie und der Regierung, um die Zusammenarbeit in wichtigen Bereichen wie Innovation, grüner Wandel und künstliche Intelligenz zu stärken. Nachdem sie dem schwedischen Winter Lebewohl gesagt haben, werden Victoria und Daniel in die lebhafte Atmosphäre Kaliforniens eintauchen, wo sie sich kopfüber in ein dichtes Programm stürzen werden. Die Zeitverschiebung mag ein Problem sein, aber das Königspaar ist fest entschlossen, trotz des unvermeidlichen Jetlarks das Beste aus seinem Besuch zu machen. Ihr Programm gleicht einer Rundreise durch die besten Institutionen und führenden Persönlichkeiten Kaliforniens. Victoria und Daniel werden mit wichtigen Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft des Staates zusammentreffen, von Besuchen in örtlichen Meereszentren, die sich mit der Erforschung und Rehabilitation von Tieren befassen, bis hin zu Treffen mit dem Gouverneur von Kalifornien und dem Bürgermeister von San Francisco. Einer der Höhepunkte der Reise wird ein tiefer Einblick in den Bereich der künstlichen Intelligenz sein, mit geplanten Besuchen bei den Tech-Giganten Google und Open eGuy. Da Schweden in Sachen Innovation weiterhin führend ist, sollen diese Treffen die Zusammenarbeit und den Ideenaustausch zwischen schwedischen und kalifornischen Experten fördern. Zu den bekannten Gesichtern, die die Gäste erwarten, gehört Barbro Oscher, Schwedens langjähriger Generalkonsol in San Francisco. Die Verbindung zwischen Barbro und der königlichen Familie geht über die offiziellen Aufgaben hinaus. Sie spielte bei früheren Besuchen eine wichtige Rolle und vertrat sogar Prinzessin Estelle bei einem der Besuche. Im Rückblick auf die gemeinsamen Erlebnisse erzählte Barbro von ihren Abenteuern, vom Spaziergang durch den Zoo bis zum Backen von Pfannkuchen. Solche persönlichen Verbindungen unterstreichen die Wärme und Kameradschaft zwischen Schweden und Kalifornien, die über die diplomatischen Protokolle hinausgeht. Während sich Viktoria und Daniel auf ihre diplomatische Mission vorbereiten, symbolisiert ihre Reise mehr als nur einen diplomatischen Austausch, sie steht für die Verpflichtung, dauerhafte Freundschaften und Partnerschaften über Grenzen hinweg zu entwickeln. Dieser Besuch, bei dem Innovation, Nachhaltigkeit und gegenseitiger Respekt im Mittelpunkt stehen, verspricht, die Beziehungen zwischen Schweden und Kalifornien in den kommenden Jahren noch weiter zu vertiefen. Vielen Dank. Vielen Dank.